Hallo zusammen, Matthias hier. Herzlich willkommen in einem neuen Video und wieder zum Thema Lightroom. Ja, ich weiß, ist in letzter Zeit ein bisschen öfters, liegt aber einfach daran, dass ich heute vor drei Stunden meinen neuen Lightroom-Kurs veröffentlicht habe. Jeder, der den Kurs bisher gebucht hat, hat es einfach gratis bekommen und jeder, der in der Weihnachtsaktion zugeschlagen hat, hat es gratis bekommen, weil die Weihnachtsaktion läuft heute noch. Also, je nachdem, wie schnell ich es schaffe, dieses Video hochzuladen, hast du noch ein paar Stunden Zeit. Ich hoffe es mal. Um bei der Weihnachtstation noch zuzuschlagen und nicht nur den Lightroom-Kurs zu bekommen, sondern auch das Bundle, wo alle Kurse drin sind, die aktuell auf dem Markt sind oder irgendwelche zukünftigen Kurse, die in den nächsten Monaten rauskommen werden, sind im Pre-Sale mit dabei. Natürlich auch die Akademie. Ich weise immer noch mal drauf hin und ich weiß, wahrscheinlich kommen trotzdem irgendwann noch Kommentare drunter, so nach dem Motto, hey Matthias, äh, hupsi, hab ich verpasst. Blöd gelaufen, geht nur noch heute, nur noch heute Abend, also nutze die Gelegenheit und ich möchte jetzt heute etwas über das Thema Lightroom sprechen. Ja, ich weiß, dass ich sage, ich habe einen neuen Lightroom-Kurs veröffentlicht und jetzt bringe ich direkt so Dinge, die mir an Lightroom gefallen und nicht gefallen, mit raus. Hm, vielleicht ein bisschen ungünstig, aber es wird klarer werden. Keine Sorge. Zuerst mal vorweg. Ich weiß, dass es Programme gibt, die ähnlich arbeiten und ich weiß, dass jetzt gewisse Vorteile, die ich natürlich jetzt sage, auch in anderen Programmen vorhanden sind. Oder vielleicht auch gewisse Nachteile, andere Programme können. Definitiv, klar. Ich denke mir das ja nicht aus, kommt ja auch nicht aus dem Nichts, sondern gewisse Dinge habe ich halt woanders gesehen und dachte mir, geil, könnte man auf jeden Fall auch umsetzen. Das Thema ist, Lightroom ist das perfekte Paket für mich. Die Kombination macht in dem Moment diese Software so einzigartig und so wertvoll für meine Arbeit, für meine Bildbearbeitung. Deswegen empfehle ich es auch. Deswegen unterrichte ich so viel in die Richtung Lightroom und nicht in irgendeinem anderen Programm. Aber wir kommen jetzt mal auf die einzelnen Punkte ein. Der erste Punkt ist ganz klar, dass ich überall auf die Fotos Zugriff habe. Das ist eine richtig grandios geile Geschichte. Ich kann einfach hergehen und kann sagen, hey, ich habe es in Lightroom Classic drin. Ich kann es mit der Cloud synchronisieren. Ich nehme einfach mein Handy in die Hand und sage, ne, machen wir doch mal hier die Bilder vom letzten Shooting auf und ich habe sie einfach da. Und nicht nur das, ich kann sie da auch bearbeiten. Ich kann sie da auch exportieren. Ich kann sie da auch teilen, synchronisieren. Ich habe fast, fast, ich sage es absichtlich, die gleichen Möglichkeiten wie in Lightroom Classic auf einem Smartphone. Absolut genial. Mega, mega Hammer. Ganz ehrlich, wenn ich sage, hey, ich brauche spontan noch ein Thumbnail für irgendwas. Ich muss noch was auf Instagram posten. Ich bin heute aber unterwegs und komme nicht an meinen Rechner. Ja, kein Ding. Dann exportieren wir doch hier einfach mal in Aufnahmen. So. Rändern läuft. Bild ist exportiert mit den Bearbeitungen, die in dem Moment drin waren. Überhaupt kein Ding. Kein Problem. Es ist da. Es ist in meiner Fotomediathek. Ich brauche es jetzt eigentlich nur noch in Instagram reinzuladen und könnte es veröffentlichen. So easy funktioniert das und das ist direkt aus meinem Katalog raus synchronisiert. Für die meisten so offensichtlich. Ja, verstehe ich. Verstehe ich. Doch bevor wir jetzt mit dem nächsten Punkt weitermachen, der genial ist, möchte ich erst einmal was ansprechen, was ich nicht so toll finde. Wir wollen wechseln. Gut. Und zwar. Es gibt vieles in Lightroom, wo ich mir selber mal so immer mal wieder Programme raussuche, weil die gewisse Funktionen besser drauf haben. Beispielsweise kann Capture One als Beispiel die Belichtung vorzeigen, die Schärfe vorzeigen. Ich sehe auf Anhieb in einer Ansicht, ob ein Foto scharf ist, weil es eine Schärfeüberlagerung gibt, die ich aktivieren kann. Hard Lightroom nicht. Ich sehe auf Anhieb, ob ein Foto korrekt belichtet ist, weil ich so einen ungefähren Wert vorgegeben bekomme, der vielleicht nicht immer 100% perfekt läuft. Schon klar. Ich könnte auch das Histogramm nehmen, aber sowas wird es einfacher machen. Dann gibt es natürlich auch Culling-Software, wie das Programm Narrative, was ich hier verwende. Nicht immer, manchmal, aber ich benutze das, weil es gewisse Vorzüge hat. Wir haben doch durch die Cloud die Möglichkeit mit Gesichtserkennung, mit Objekterkennung und sowas in der Richtung. Jetzt schafft es Adobe nicht hier reinzubringen. So, keine Ahnung, ich erkenne automatisch Gesichter, stelle die nebendran nochmal vergrößert dar, wie das Programm das beispielsweise kann. Keine Ahnung, vielleicht Lizenzprobleme, dass man irgendwelche Patente verletzt oder sowas in der Richtung, aber es wäre möglich. Es wäre eine richtig geile Sache, da einfach herzugehen und zu sagen, wir vereinfachen die Auswahl. Ich habe ein Gruppenbild, wir wissen, ob alle Gesichter scharf sind. Okay, cool, ich kriege reingezoomt. Ich bräuchte nicht mal ein Programm, das das bewertet, das sagt, hey, sind die Augen offen oder nicht, weil ich kann selber sehen. Aber so ein bisschen die Möglichkeit, hier Shots zu gruppieren und herzugehen und zu sagen, ich gehe durch den Shot durch, wähle mir das beste Bild aus und gehe auf den nächsten, das fände ich sehr geil. Das mit dem Shot gruppieren geht zum Teil nicht ganz so schön umgesetzt, aber ich finde, vielleicht schaut sich das irgendjemand von Adobe an, ich hoffe es mal, weiß nicht, ich glaube, dafür bin ich jetzt noch zu klein, aber es bleibt zu hoffen. Vielleicht kriegen wir irgendwann mal so eine Funktion hier reingesetzt, die uns diese Auswahl viel, viel einfacher macht. Gerade für Hochzeiten. Gerade für Hochzeiten. Gut. Was Negatives, was Positives. Positiv, KI-Masken. Und ja, KI-Masken kennen wir schon. Es gibt auch andere Programme, die diese KI-Masken relativ gut können. Wir können es prinzipiell auch in Photoshop machen, aber das meine ich gar nicht. Ich meine nicht das Thema KI-Maske an sich, das ist eine coole Sache. Sondern ich meine eher, dass ich so hergehen kann und kann sagen, na komm, wir wählen uns einfach mal das Motiv aus. Mitunter natürlich auch die Einzelbereiche in einem Motiv, habe ich ja im letzten Update-Video so ein kleines bisschen gezeigt, dass hier was geht. Aber ich wähle mir jetzt ein komplettes Motiv aus. In den meisten Fällen wird es auch sehr, sehr gut erkannt. Auch mit den Haaren. Nicht um jemanden freizustellen, aber zumindest mal um so eine Belichtung zu korrigieren. Gar nicht verkehrt. Ich setze mir jetzt irgendwas. Komm, wir machen sie einfach mal ein bisschen heller. Und kann das auf andere Fotos synchronisieren. Ich kann hier unten sagen, hey, synchronisieren. Komm, machen wir mal nur die Maske, dann geht es vielleicht ein bisschen schneller. Wir synchronisieren das drüber. Er rechnet ein kleines bisschen und hat diese Maske auf alle Bilder übertragen. Mit den Einstellungen. Easy. Total easy. Ich kann das noch so komplex treiben. Das ist eine so geile Sache. So genial und so zuverlässig, dass ich mittlerweile hergegangen bin und habe das in meinen Hochzeits-Workflow integriert. Wo ich einfach sage, hey, bei den Hochzeitsbildern, wir synchronisieren das mal über die hier drüber. Und er wendet es auf 300, 400 Bilder an. Und alle, nicht immer, man muss vielleicht noch mal ein bisschen schauen, aber alle sind von der Maske her verwendbar. Bis zu einem gewissen Grad. Gar nicht zum Freistellen. Aber hammergeile Geschichte. Gerade diese Synchronisierungsfähigkeit von den Einstellungen auf unterschiedliche Fotos ist etwas, was ich in Lightroom überhaupt nicht mehr vermissen möchte. Und was ich so umgesetzt noch in keinem anderen Programm gesehen habe. Doch natürlich ist die Bearbeitung hier nicht perfekt. Denn wir sehen ja hier schon auf der rechten Seite, wir sind etwas eingeschränkt, was jetzt gewisse Einstellungsmöglichkeiten angeht. Wir haben nicht alle Regler zur Verfügung, auch wenn das jetzt seit kurzem hier so ein bisschen aufgeteilt ist. Auch nicht verkehrt. Wir haben nicht alle Regler zur Verfügung. Nicht immer verkehrt. Manche braucht man vielleicht auch nicht. Also warum sollte ich beispielsweise hier so transformieren, maskieren können oder sowas in der Richtung. Aber es gibt Programme, bei denen kann man tatsächlich alles maskieren. Ich könnte eine Gradationskurve nur auf einen gewissen Teilbereich von meinem Foto anwenden oder sowas in der Richtung. Und das ist mega genial. Auch so eine Variante, dass man mit Ebenen arbeiten kann. Es geht zum Teil, dass man das auf Masken umbiegen könnte. Aber ich finde auch im Entwickelnbereich ist noch extremes Potenzial da. Und ich hoffe, dass der Weg nicht weiter krass in diese KI-Geschichte geht. Es ist cool, man kann es weiterentwickeln. Ja, es wird immer besser. Ich finde es gar nicht verkehrt. Aber solche Sachen wären vielleicht noch ganz cool. Lieber ein paar mehr Werkzeuge, die ein bisschen intelligenter funktionieren und nicht sowas wie das Color Grading hier. What the fuck? Das ist echt nicht gut gelöst. Das hätte man deutlich besser machen können. Macht mal eine Kombination aus Color Grading und HSL. Ist in Capture One. Ich weiß, ich vergleiche es gerne damit. Und es ist nicht das gleiche Programm. Und Capture One ist in manchen Sachen besser und in manchen Sachen schlechter. Ja, aber in Capture One ist das so viel besser umgesetzt, was Farbauswahlen angeht. Da kann man sich eine Scheibe abschneiden. Gerade HSL. Hier. Was ist, wenn ich hergehen möchte und möchte HSL nur auf einen gewissen Bereich im Bild anwenden? Kann ich nicht. Was ist, wenn ich ein Farbstil auf einen gewissen Bereich im Bild anwenden möchte mit dem Color Grading? Kann ich nicht. Dumm gelaufen. Geht in Lightroom einfach nicht. Wäre aber eine coole Sache. Den nächsten Punkt, den ich mega genial finde, der viele von euch wahrscheinlich jetzt eher erstaunt, weil sie denken so, okay, ist jetzt nicht wirklich was Besonderes, aber diese Ordnung, die hier drin herrscht. Ich kann was in Photoshop laden und die Photoshop-Datei wird automatisch wieder zurückgesichert. Ich brauche mir keine Gedanken machen, dass sie irgendwo landet oder sowas. Sie ist immer in meinem Lightroom-Katalog. Wird mit dem Originalfoto gestapelt. Wenn ich ein HDR erstelle, haben wir hier gerade eins. Ja, hier, so ein Panorama oder hier, hier, so ein HDR, ne. Ich brauche nicht lange suchen, wo die ursprünglichen Fotos liegen, sondern sie sind automatisch hier mit reingestapelt. Wenn ich eine Datei in Photoshop bearbeite, ist das auch total easy, weil das hier ist die Photoshop-Datei, das hier ist die originale Datei und die wird einfach übertragen. Die werden zusammen kombiniert und es ist klar, wenn ich die Photoshop-Datei gefunden habe, finde ich dahinter auch problemlos die eigentliche RAW-Datei. Das hier sind im Übrigen alles Fotos, die wir gemeinsam in dem Lightroom-Kurs bearbeitet haben. Nur mal so zur Info, ne, also sowas hier zum Beispiel haben wir zusammen im Lightroom-Kurs bearbeitet. Einfach mal auschecken. Ich muss ein bisschen Werbung für machen, Leute. Der Kurs ist so genial. Ich hätte gerne, dass jeder diesen Kurs hat. Ich habe so viel Arbeit reingesteckt. Es sind mal wieder neun Stunden Laufzeit geworden. Aber das liegt eher daran, dass Lightroom-Mobile so ein kleines bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen hat als vorher. Und das ist halt extrem viel Praxis und natürlich auch meinen eigenen Workflow, wie ich viele Bilder auswähle oder sowas in der Richtung mit reingebracht habe. Es ist viel Praxis mit dabei und es lohnt sich definitiv. Gut, kommen wir zum letzten Punkt, zu einem letzten negativen Punkt. So halb negativ. Und das mag für die meisten jetzt eher uninteressant sein, aber für mich ist es das. Für mich ist es das, weil ich das Ganze unterrichte und weil ich mich mit Programmen mitunter mehr beschäftige als andere. Jemand Normales nimmt entweder CC oder Classic, ne. Doch wenn ich mir jetzt überlege, wie gewisse Dinge umgesetzt sind. CC hat andere Tastenkombinationen aus irgendeinem Grund. Und CC fehlen gewisse Funktionen, warum auch immer, ne. Bei Classic sind sie da, dafür sind sie bei Classic andere nicht da. Dieses Chaos, das hier zum Teil herrscht, könnte mal aufgeräumt werden. Allein die Tatsache, dass Lightroom jetzt Lightroom Classic heißt und Lightroom CC das neue Lightroom ist, verwirrt immer noch so extrem viele. Und ich habe schon Leute gehabt, die meinen Kurs angefangen haben oder jetzt irgendwelche Tutorials geschaut haben oder im Coaching saßen. Und ich habe gesagt, hey komm, wir fangen an, ich zeige was, ich zeige was. Und irgendwann kam so die Frage so, Entschuldigung, was ist das für ein Lightroom, was du da benutzt? Das habe ich gar nicht. Ist das die Profi-Version? Kann ich die Ansicht verändern? Nein, es ist ein komplett anderes Programm, das zwar ähnlich funktioniert, aber nicht exakt gleich. Und es ist oft genug so, dass ich hier Funktionen einfach ganz normal benutze. Gehe in CC rüber, weil ich was zeigen möchte beispielsweise. Und die existiert einfach nicht. Hier, im Histogramm, die Überbelichtungswarnung, das was man hier einblenden kann, damit man beispielsweise da hinten so sowas angezeigt bekommt, wo überbelichtet ist, existiert nicht. Ist das nicht da? Warum fehlt das? Ich verstehe es manchmal nicht. Ist eher so eine organisatorische Geschichte, weiß ich selber. Ist jetzt nicht so mega wild, dass man sich da total drüber aufregen müsste, ja, aber ich finde es trotzdem ein bisschen nervig. Und da könnte man was dran ändern. Und man könnte mal Übersetzungen korrekt machen. Also, also, viele Sachen. Die, wenn ich einen Batch-Export starten möchte, steht da Batch-Export läuft. Also, nicht weil er läuft, sondern weil das die Taste zum Starten ist. Ja, zeige mir ein perfektes Programm und ich beweise dir das Gegenteil oder sowas in der Richtung. Also, das waren mal so zwei, drei grobe Dinge einfach zum Thema Lightroom. Ja, es hat alles Verbesserungspotenzial und mit Sicherheit gibt es Programme, die jetzt gewisse Sachen können, die Lightroom nicht kann. So ist es ja immer. Man muss im Endeffekt entscheiden, was einem jetzt selber am besten liegt. Und ich finde, das ist Lightroom. Lightroom hat viele Funktionalitäten, bei denen andere Programme hinterher hinken. Gerade das Thema Cloud, gerade das Thema Synchronisieren, gerade das Thema Bildermanagement. Dass ich wirklich hunderttausende Fotos in einem Katalog haben kann und kann die einfach sortieren. Das können viele andere nicht. Das ist einfach Ende der Fahnenstange. Oder sie können es nicht so gut. Und da ist so ein Riesenchaos drin, du weißt gar nicht mehr, was du suchst. Das finde ich hier richtig geil umgesetzt. Und wenn du jetzt sagst, hey, Lightroom, klingt doch gar nicht verkehrt, was er hier gezeigt hat. Und er arbeitet immerhin schon sehr lange damit, muss ja was passen. Das würde ich mir gerne genauer anschauen. Kannst du tun. Aktuell in der Weihnachtsaktion ist mein Lightroom-Kurs noch reduziert. Natürlich auch alle anderen Kurse. Wir haben was zum Thema Photoshop, Fotografie, Filmen, Porträtfotografie. Ein spezieller Kurs zum Thema Porträts, zum Thema Smartphones, zum Thema Da Vinci. Da Vinci Resolve zum Thema Videobearbeitung habe ich was dabei. Ich habe was im Pre-Sale. Der Lichtkurs, der schon abgedreht ist oder fast abgedreht ist, fehlen noch zwei, drei Sachen. Der kommt erst im Januar raus, erst nächstes Jahr. Aber ihr kriegt ihn jetzt schon günstiger in der Aktion. Also, auschecken. Wenn Fragen sind, schreibt mir gerne eine Nachricht. Und ich wünsche euch jetzt noch ein wunderschönes Wochenende. Jetzt muss ich gucken, dass das Video auch schnell genug online kommt. Wird schon. Ihr seht es ja jetzt schon. Dann muss es ja schon online sein. Haha, Zukunfts-Matthias, hast du gut hinbekommen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend.